Joomla oder Wordpress? Das ist eine Frage, die wir häufig gestellt bekommen und wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem du dich gerade beschäftigst. Was ist das bessere System? Mit welchem Programm soll ich meine Website erstellen? Welches Programm bietet für mich die besseren Vorteile? Und genau das werden wir in diesem Video behandeln. Das hier ist kein Praxisvideo, in dem ich dir stundenlang Joomla zeige und Wordpress zeige. Ich habe mir ein paar wichtige Aspekte herausgepickt und dort werde ich dir die Unterschiede zwischen Wordpress und Joomla genauer zeigen. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und ich helfe Menschen seit mehr als 14 Jahren dabei, mit Joomla oder mit Wordpress eine Website zu erstellen. Und dazu haben wir viele Anleitungen. Und das ist auch genau der Grund, wieso wir diesen Vergleich auch wirklich machen können. Wir haben 14 Jahre Erfahrung für beide Systeme. Wir kennen die Entwicklung beider Systeme. Wir haben viele Anleitungen und Kurse dafür und arbeiten tagtäglich mit Wordpress, auch mit Joomla. Und aus diesem Grund können wir diesen Vergleich sehr gut antreten. Wir starten mit einer kurzen Empfehlung. Wenn du das Ganze schriftlich nochmal zusammengefasst haben möchtest, findest du hier in der Videobeschreibung einen Link zu genau dieser Seite. Oder du tippst es dir schnell ab, wenn du das möchtest. Dort kannst du alles nochmal in Ruhe dir ansehen. Wenn es dir im Video vielleicht zu schnell gegangen ist oder du das in Ruhe nochmal sehen möchtest. Gut. Vergleich Nummer 1. Thema Kostenfaktor. Ist ja oftmals eine entscheidende Sache. Grundvoraussetzung ist es immer, dass du ein Hosting-Paket hast und eine Domain. Und dann kannst du sowohl Wordpress als auch Joomla installieren. Beides sind Open-Source-Lösungen. Das heißt ein offener Quellcode und du kannst dir sowohl Wordpress als auch Joomla kostenlos aus dem Internet herunterladen und auf deinem Server installieren. Dazu eine kurze Ergänzung zu Wordpress. Bei Wordpress gibt es zwei Modelle. Einmal Wordpress.org und Wordpress.com. Wordpress.com ist ein bezahlter Dienst, ein Service, wo dir schon vieles vorbereitet wird, der aber kostenpflichtig ist. Den nehme ich jetzt aber mal außen vor, weil die .org-Geschichte genau das gleiche ist, was es von der Joomla-Seite her auch gibt. Und letztendlich wollen wir ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und es ist sowieso, dass ich dir empfehle, die .org-Variante zu wählen und nicht den kostenpflichtigen Dienst bei Wordpress.com, weil du mit dem sowieso eingeschränkt wirst. Daher, beide Lösungen kannst du dir kostenlos herunterladen und kostenlos verwenden in der Basis-Version. Es gibt für beide Systeme kostenpflichtige und auch kostenlose Erweiterungen, aber das klammere ich jetzt einmal aus. Es geht ja mal als erstes um das System selbst und hier würde ich mal sagen, steht es unentschieden. Vergleich Nummer zwei, Handhabung und Bedienbarkeit. Und ohne das jetzt künstlich in die Länge zu ziehen, Wordpress ist hier deutlich übersichtlicher und auch einfacher in der Handhabung. Wenn du keines dieser beiden Systeme kennst, findest du dich in Wordpress schneller zurecht. Damit möchte ich nicht sagen, dass Joomla hochkompliziert ist oder sehr schwierig, aber im direkten Vergleich hat Wordpress hier einfach deutlich die Nase vorne. Bei Joomla war es in der Vergangenheit öfters so, dass es bei größeren Versionssprüngen auch immer eine veränderte Oberfläche gebracht hat. Und das ist natürlich für all diejenigen, die nicht täglich mit Joomla arbeiten, oftmals ein Nachteil gewesen, weil sie sich erst wieder neu hereinfinden müssen. Aktuell muss man sagen, von der vierer Version auf die Aufnahme dieses Videos, fünfer Version, ist die Oberfläche zum ersten Mal gleich geblieben. Wie das in Zukunft ist, wissen wir natürlich nicht, aber wir können jetzt einmal nur das beurteilen, wie der aktuelle Stand ist, wie es aus der Vergangenheit heraus war. Das heißt, in diesem zweiten Vergleich hat Wordpress die Nase vorn und dementsprechend könnten wir jetzt sagen, es steht 2 zu 1 für Wordpress. Bei den Updates zieht sich das aus Vergleich 2 so ein Stück weit weiter. Grundsätzlich einmal ist es so, dass es für beide Systeme regelmäßig Updates gibt. Es werden Sicherheitslücken geschlossen, Fehler bereinigt und gibt da regelmäßig Updates. Bei Joomla ist es allerdings so, dass es bei größeren Versionssprüngen, also von der 3er auf die 4er Version, wenn man das noch als Beispiel nimmt, früher von der 2.5er Version auf die 3er Version, wir hoffen gerade so, dass es von der 4er Version auf die 5er etwas besser geworden ist. Die Erfahrung wird es zeigen. Deswegen war das Problem immer, dass ein Update, wenn es die Seite schon länger gibt, wenn alte Templates, alte Zusatzfunktionen mit installiert wurden, dass diese Updates auf die neue Version nicht funktioniert haben oder zu größeren Problemen geführt haben. Das Ergebnis daraus war, man muss oftmals die Website wieder neu erstellen oder man muss sich einen Spezialisten suchen, der das Update durchspielt, der die Fehler bereinigt. Auf jeden Fall ist das ein Stück weit aufwendig. Workforce ist hier deutlich smarter aufgestellt, auch wenn es größere Versionssprünge gibt, hat man damit eigentlich nie große Probleme und kann die reibungslos einspielen. Grundsätzlich ist es nämlich wichtig, dass du solche Updates einspielst, weil damit werden eben Fehler behoben, Sicherheitslücken geschlossen und das ist entsprechend ein wichtiger Punkt. Das heißt, gerade in dem Update-Bereich hat hier auch wieder WordPress die Nase vorn, weil Joomla in der Vergangenheit hier einfach Schwierigkeiten hatte. Nachdem die Oberfläche jetzt vom Wechsel von Joomla 4 auf 5 gleich geblieben ist und die Änderungen nicht so sehr tiefgreifend waren, könnte sich das vielleicht ein wenig ins Positive ändern. Aber aktueller Stand ist einfach so, dass es auch hier das bei WordPress deutlich einfacher funktioniert. Gut, nächster Punkt, Zusatzfunktionen. Bei WordPress gibt es hier das Plug-in-Verzeichnis, bei Joomla ist es die Extension Library. Vom Prinzip her ist das Gleiche damit gemeint, das sind Zusatzfunktionen, die es dort an dieser Stelle gibt. Es gibt kostenlose Zusatzfunktionen und kostenpflichtige Zusatzfunktionen. Bei WordPress ist es so, alles was du im Plug-in-Verzeichnis findest und das ist richtig, richtig viel, ist kostenlos. Und oftmals ist es so, dass entweder ein Plug-in komplett kostenlos ist oder es eine kostenlose Basisversion gibt, dass du es dir ansehen kannst und dann entsprechend mit voller Funktionalität auf die bezahlte Version upgraden kannst. Im Joomla Extensions Library ist das etwas anders. Hier werden grundsätzlich ganz viele Erweiterungen dargestellt. Manche kannst du direkt über das Extension Library installieren, manche nicht. Bei manchen musst du auf die Website gehen, manche sind kostenpflichtig, die da drinnen sind. Das heißt, das ist ein Stück weit unübersichtlicher an dieser Stelle. Und hier muss man auch oder kann man zusammengefasst sagen, für WordPress gibt es deutlich mehr Zusatzfunktionen. Von der Qualität her auch höherwertiger und professioneller. Und das ist jetzt aber nicht dem geschuldet, dass Joomla ein schlechteres System wäre wie WordPress, sondern der Verbreitung. WordPress ist halt um ein Vielfaches mehr verbreitet wie Joomla, wenn man jetzt von den Installationen ausgeht. Entsprechend konzentrieren sich viele Entwickler natürlich deutlich stärker auf WordPress als wie auf Joomla. Und deswegen gibt es für WordPress die von der Anzahl her deutlich mehr Zusatzfunktionen zu allen verschiedenen Bereichen. Und die Qualität und die Handhabung ist entsprechend auch smarter als wie bei Joomla, muss man an dieser Stelle auch sagen. Dann der fünfte Vergleich und jetzt ist mir hier eines wichtig, du siehst schon, es geht alles so in Richtung WordPress. Wir arbeiten mit WordPress, auch mit Joomla seit ganz vielen Jahren und beides sind tolle Systeme. Dennoch müssen wir hier das Ganze ja nicht irgendwie subjektiv betrachten, weil wir auch 14 Jahre mit Joomla arbeiten und auch weiterhin mit Joomla arbeiten werden. Objektiv betrachtet hat WordPress in vielen Bereichen einfach die Nase vor. Damit möchten wir aber nicht Joomla irgendwie schlecht machen, sondern das ist einfach unsere Meinung aus der Erfahrung heraus. Vergleich Nummer 5, das zieht sich jetzt auch in diesem fünften Vergleich durch. Auch hier ist WordPress besser aufgestellt, wenn man einen Teambilder und Pagebuilder wünscht. Und hier eine kurze Erklärung. Vor einigen Jahren war es noch so, dass man sich bei Joomla ein Template, bei WordPress ein Team, bloß eine andere Bezeichnung, ausgesucht hat. Das hat man installiert und mit einem Editor, der wie ein Textverarbeitungsprogramm funktioniert, hat man die Inhalte erstellt. Nach ein paar Jahren, wenn das Ganze in die Jahre gekommen ist, hat man dann ein neues Design ausgewählt und die Seite darauf angepasst. Und so war dieses Prozedere. Und jetzt ergibt sich mittlerweile so ein Wandel seit einigen Jahren, dass man bevorzugt solche Theme- und Pagebuilder verwendet. Ein Pagebuilder ersetzt quasi das Textverarbeitungsprogramm, um es mal so zu nennen. Und der Theme-Bilder ersetzt das klassische Theme. Und mit einem Theme- und Pagebuilder kannst du über eine visuelle Oberfläche anhand von Vorlagen dein Design selbst gestalten. Deine Inhalte selbst gestalten. Hast viel mehr Möglichkeiten, kannst dich Vorlagen bedienen. Und hast jetzt die Möglichkeit, eine schöne Website zu gestalten, ohne dass du dich abhängig von einem Webdesigner, einer Agentur oder einem Grafiker machst, weil du viele Dinge selbst regeln kannst. Das mal zu erklären, was das überhaupt ist. Einen Pagebuilder gibt es für beide Systeme, für Joomla und auch für WordPress. So einen Theme-Bilder gibt es in der Form, wie ich es gerade beschrieben habe, in der Qualität, in der man es auch braucht, um es als Anwender nutzen zu können, leider nur für WordPress. Bei Joomla ist es der SP-Pagebuilder, den es hier gibt, aber das ist eben ein Pagebuilder für den Inhalt und nicht für das Design außen herum. Dort muss man den Weg über ein klassisches Template gehen, auch wenn man dieses natürlich anpassen kann. Das heißt, mit WordPress ist man hier deutlich flexibler und hier gibt es auch nicht nur so das eine Tool. Es gibt hier Thrive, Elementor und Divi und ich bezeichne das immer so ein Stück weit Gold, Silber und Bronze. Thrive ist meiner Meinung nach die Gold-Variante, wenn es um Theme-Pagebuilder geht, weil es eine super tolle Lösung ist, super einfallende Bedienung, viele Vorlagen. Elementor ist Silber und Divi ist so die Bronze-Geschichte, das ist jetzt aber nur so im direkten Vergleich. Aber auch hier muss man sagen, der Punkt geht ganz klar an WordPress an dieser Stelle. Dann Blick in die Zukunft, wir können jetzt Vergleich 6 sagen oder ein Fazit des Ganzen. WordPress entwickelt sich im direkten Vergleich einfach ein Stück weit besser. Joomla ist in den vergangenen Jahren eher etwas stagniert und WordPress hat eher die Power aufgenommen, kann man so sagen, von der Verbreitung her größer und viele Entwickler stürzen sich auf WordPress und das hat das Ganze natürlich beschleunigt, was nicht bedeutet, dass Joomla ein schlechtes System ist. Im direkten Vergleich ist es unserer Meinung nach allerdings so, wenn man heute eine neue Website erstellt, ist man in aller Regel mit WordPress besser aufgehoben. Es gibt natürlich immer spezielle Szenarien, wo Joomla vielleicht die bessere Lösung ist, wenn es zum Beispiel um eine ausgeklügerte Benutzerverwaltung geht, ohne dass man ein zusätzliches Plug-in erstellen möchte. Hier gibt es so Teilbereiche, wo Joomla seine Vorteile hat, aber grundsätzlich einmal allgemein gesprochen, was wahrscheinlich für 95% all derjenigen entscheidend ist, die sich hier dieses Video ansehen, ist WordPress die einfachere und bessere Lösung, weil auch so in den letzten Jahren war so ein Trend, dass einige von Joomla zu WordPress gewechselt haben, wegen der Update-Problematik, wegen der einfacheren und größeren Möglichkeiten. Meine Empfehlung an dich, wenn du mit Joomla bereits mehrere Seiten erstellt hast, wenn du mit Joomla total warm bist, wenn du dich in Joomla sehr gut auskennst, dann macht es wahrscheinlich Sinn, bei Joomla zu bleiben und das System auch weiterhin zu verwenden. Wenn du allerdings einen neuen Relaunch machst und mit Joomla vielleicht gar nicht so zufrieden warst oder dich noch gar nicht so beschäftigt hast oder komplett das erste Mal eine neue Website dir erstellen möchtest, dann geht meine Empfehlung hin in Richtung WordPress, also damit Standaufnahme dieses Videos und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, sondern in den nächsten Jahren eher noch bestärken, dass stabilere und zukunftsträchtigere System hast. Das ist unsere persönliche Meinung, damit möchten wir nicht Joomla schlechtreden, natürlich auch nicht unsere eigene Arbeit, die wir tagtäglich für Joomla machen. Wir nehmen ganz viele Videos für Joomla auf, verkaufen auch sehr gut unsere Anleitungen für Joomla, genauso wie auch für WordPress und mögen beide Systeme. Aber das hier war nochmal ein Vergleich und hier haben wir viele Dinge einfach objektiv verglichen. Sicherlich war das ein oder andere zwischen den Zeilen auch subjektiv dabei, aber ich habe es so nah an den Fakten wie möglich hier gemacht, diesen Vergleich und ich hoffe, er hilft dir, um dich zu entscheiden, mit welchem System du zukünftig arbeitest. Du kannst es ja gerne mal in die Kommentare reinpacken, für was du dich entschieden hast, ob du hier meiner Meinung nach bist, ob du eine andere Meinung hast. Und würde mich super freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, abonniere gerne auf den Kanal und dann wünsche ich dir jetzt von ganzem Herzen viel Spaß beim Erstellen deiner Website.